Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Meinen Sie Server, Let's Play Meinen Sie Server, Let's Play Meinen Sie... Alter, du bist so ein behinderter Junge, ey. Warum bin ich bloß mit dir verwandt? Ja, eben. Oh, hier, Bazar. Schön mit Zelten. Oh, da ist doch ein anderer Spieler wieder. Man, an dem laufen wir einfach ignorant vorbei. Der kann uns mal am Arnus kitzeln. Ja, an dem laufe ich jetzt auch vorbei, ey, weil der ist doof. Tschüss. Der hat mich auch gar nicht gesehen, also... Ja, der schlägt mich hier. Warum nicht? Ich kann jetzt auch nicht nach hinten gucken, ne? Das ist auch ärgerlich. Doch, mit F5. Oh, das war F9, Entschuldigung. Jocke, ey. Da habe ich mal eben die Aufnahme kurz gestoppt und wieder gestartet. So, ist der noch hinter mir? Nanananananana... Ne, der ist nicht mehr hinter mir. Hier war doch mein Spawnbereich, Mensch. So, ich gehe mal kurz ans Wasser was trinken. Ja. Also, ich würde sagen, ich schlag nachher bisher ganz gut, ne? Ich bin bisher immer nur durch Zombies gestorben. Ja. Habe ich so in Erinnerung? Ich weiß es nicht mehr. Wir zocken schon so ewig. So, ich bin jetzt bei 280. Ich bin bei minus 280. Hm. Ich werde wohl erster da sein, ne? Ja. Geht mir am Arnus vorbei. Ja, haha. Bist du wieder witzig heute, oder? Ja, bin ich. Heute bin ich wieder witzig. Ich glaube, wir müssen gleich mal eine Essen- und Trinkpause machen. Ja, kann man machen. Das ist so Abendbrot-mäßig, ne? Oh nein! Abendbrot! Abendbrot! Da ist es doch. Ich bin da! Ja? Ja. Das ist direkt am Wasser, ne? Ja. Wie heißt denn das? Äh. Wo bin ich denn jetzt? Öh. Ach ja, Portsmaus. Ich weiß nicht wie. Oh, scheiße. Das ist ein Bandit. Der hat einen Ruhmau. Da ist er doch. Da ist das Haus doch schon. Ich bin bei dir. Why are you a hili? Ja. Ey, da sind zwei Banditen. Fucky. Wollen wir die umbringen? Hier ist alles voller Banditen. Alles voll mit. Soll ich da jetzt reinkommen oder nicht? Ich bin verwirrt. So, wir schwimmen einfach. Ja, ich versuche hier gerade mich durchzukämpfen. Hier kämpft gerade alle gegen alle, ne? Echt? Oh, komm. Der hat uns gesehen. Scheiße. Alter, Schwede. Haben wir doch getroffen. Nein, nein. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben, ey. Oh, bitte nicht sterben. Chart wurde umgebracht, sagst du? Nee. Ich hab jemanden umgebracht. Ach, mördert. Achso. Dafür werde ich jetzt hier voll angegriffen. Ja, ich komm dir zur Hilfe. Wo bist du denn? Ja, ganz Ende am Steg. Also minus 140. Okay. Boah, hier liegen noch Zaubertränke alles rum. Ja, hier mördern sich alle gegenseitig. Da hinten bist du doch schon. Die alle umbringen jetzt hier, oder was? Bennet, tu es nicht. Komm, ich bringe ein paar Zombies mit. Hm, hm, tust du nicht. Okay, Glück gehabt. Hast du was zu essen für mich? Äh, was zu essen? Oh, ne Melone hab ich. Aber ich... Oder ich geb dir das... Das Gammelfleisch, oder? Ja, mach mal. Danke. Brauchst du noch was? Ja. Na, ich brauch selber Leben. Das ist das Problem. Ja, nee, dann... Dann ist ja... Dann müssen wir jetzt hier uns vorsichtig vortasten. Hier, es hat jemand Sachen verloren. Ah, ich hab Drank der Heilung. Das ist gut. Den hätte ich natürlich benutzen können. Oh, ich kann dich heilen irgendwie. Echt? Ja, ich hab alle Sachen, die ich zum Heilen brauch. Gut, dann heil mich mal. Ja, bleib hier. Ja, bleib doch. Ja, ich bin doch hier. Achso. Der eine guckt uns bloß zu. Den hab ich, glaub ich, das eine mal umgebracht. Hä, wie geht denn das? Hä? Du hast irgendwie grüne Schuhe an. Ja. Ich weiß, es ist falsch geschrieben grammatikalisch, aber... Es ist mir gerade ziemlich schön. Ja, das kannst du einfach alles hin. Ich tu ja auch alles hin, was ich nicht brauch. Nice. Okay, ich hab auch eine Schere, zwei Heiltränke. Oh, komm. Das Auge kann weggehen, halt. Brauchen wir nicht mehr. Oh, jetzt hab ich schön Essen und so. Aber keine guten Sachen, so von wegen... So, wie heißt das? Schwerter und so. Mhm. Das Schwert behalten wir nochmal. Die Schere kann wieder weg. Das kann auch weg. Oh, wir werden beschossen. Komm, wir gehen weg. Komm. Ja. Ja. Ich nehm eben... Soll ich einen Heiltrank nehmen, oder? Nee. Ich will das jetzt irgendwie rauskriegen. Ja, dann lass uns mal hier irgendwo hinstellen. Komm, das Gammelfleisch sammle ich noch ein. Oh, da kommt ein Zombie. Mhm. Hey, da dir. Okay, dann lass uns das hier mal ausprobieren. Ich muss erst mal mich Essen versorgen. Ich hab'n... Ich hab'n... Ja. Oh Gott. Und, äh, mal was trinken. Okay. Kann man eine stapeln? Das war... Das war... Nee, kann er nicht starten. Ist da. Das... Oder muss ich dich damit hauen? Äh... Failed omit message. You must... Start by applying a bandage. Achso. Das... 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 Oh! Ja gut, hat's zwar... Oh, nee. Jetzt wär' ich geheilt. Achtung! Hinter dir! Okay, kannst du mich auch heilen? Hast du das mit nötige Zeug? Achtung! Jetzt brauch' ich dringend eine Heilung. Hast du das? Ich hab'n Heiltrank für dich. Ja, ja. Ja, okay. Hier, sammeln ein. Achtung! Boah! Achtung! Zombie! Aua! Fuck, Alter. Jetzt ist die Heilung schon wieder weg, ey. Ich krieg' ja einen zu viel. Ja, wo wollen wir hin? Ja, warte. Da kommt ein Bandit. Ja. Ja, die bringen ihn alle um, ey, nice. Lass abkommen hier. Ja, komm. Ähm, wir gehen hier lang. Wo geht's hier hin? Warte, ich guck mal auf die Karte. Wo sind wir? Okay, wir laufen nach 100, 100. Okay. Pass auf, rechts ist ne Horde Zombies. Ja. Lauf da bloß nicht rein, ey. Alter Schwede, da ging's ab, ey. Ich sag dir das. Ja. Okay, sprinten und springen. Warum? Ja, weil hier, es wird Nacht und da sind ganz viele Zombies. Scheiße. Ich werd verfolgt wie so'n Bekloppter, ey. Ja, ich weiß, deshalb, ja. Oh, scheiße, ich bin schon zu weit. Wo ist die denn hin? Ja, die Zombies sind aber noch hinter uns her, ey. Ach, Ruins waren das. Vielleicht kann man sich in den Ruinen in Sicherheit bringen. Auf jeden Fall ist da ein anderer. Ja! Sneak dich, sneak dich, sneak dich. Nice. So, ist er tot? Nee. Nee, da hinten läuft er. Wo bist du? Neben dir. Soll ich dich nochmal heilen? Ja, wär nett. Und ich brauch neue Waffen, ey. Huch! Aua! Was war das denn? Fick dich! Nee, im Ernst. Ah, zwei Minuten kann ich das erst wieder machen. Na gut. Mal gucken, ob hier was ist. Nee, hier war der eben drinne. Ja. Alter, meine Schwerter sind kaputt. Lass mal hier hochgehen. Meine Schwerter sind kaputt. Nee, hier sind wir erstmal in Sicherheit. Ach, Gott. Okay. Ich muss was essen. Oh, wir haben doch noch Gammelfleisch. Das essen wir jetzt einfach mal. Bringt uns keine Herzen. Nee. Ich hab'n Kaktus. Ich hab' nämlich nur noch zwei Herzen. Ja. Ich hab' zwar noch'n Heiltrank, aber ich bin irgendwie zu geizig, den zu benutzen. Nee, ich hab' ich kann dich ja heilen. Und im Moment ist es ja nicht zwingend notwendig. Also, ich hab' noch drei Bandages. Ja, ich nur eine. Ach, du brauchst ne Schere, ne? Um mich zu heilen. Ich hab' drei Stück. Achso. Hast du rot'n Rosenrot? Nein. Achso. Sonst könnte ich dich ja heilen. Ja, dann... Ich hab' ja alles, außer Rosenrot. Dann könnte ich dir das ja geben. Ja. Aber so, dass es nicht runterfällt, dann bloß nicht. Und, äh... Hast du? Ja. Ja. Und dann mit der linken Maustaste... Also, du musst mit der Bandage anfangen. Okay. Dann, also, links klick, dann nimmst du Rosenrot. Links klick, dann schlage ich dich. Nein, eben nicht. Achso. Links klick. Rosenrot und dann Schere. Ja. Jo, danke. Willst du das wieder haben, Rosenrot? Ja. Ja. Damit ich dich gleich heilen kann. Ich probier mal aus, ob das jetzt wieder geht. Was war das? Bandage zuerst, ne? Ja. Jo. Nice. Slash, friend, funke, abgrund. Mach das auch mal. Und dann... Hau mich mal mit einer leeren Faust. Okay. Ja, ich... Wollte ich halt ausprobieren. Hast du noch ein Schwert für mich? Nee. Einen Bogen habe ich geklebt. Meine sind nämlich gleich kaputt. Was? Einen Bogen. Jo, gut. Kann ich auch... Hast du Pfeile? Fünf Stück. Ah, gut. Ich nehme es nicht. Huch, jetzt habe ich den wieder aufgenommen. Sehr schön. Ja, das ist jetzt hier abwarten und Tee trinken, ne? Ja. Ja, gut, so ist der sie, ne? Ja. Ja, was kann man erzählen? Ähm... Hattest du mich als Freund hinzugefügt? Ja. Achso. Ja, ich guck mir grad mal die Karte an. 100, 100 müssen wir eigentlich hin. Ja, und wo sind wir jetzt? Wir müssen in die Richtung nach Norden. Ja. Okay. Nach Nordosten sagst du, ne? Ja. Ja, so ein bisschen. Weil da ist eine Universität. Okay. Kann man ein bisschen studieren. Richtig. Das Verhalten der Zombies kennenlernen. Ja, komm, wir probieren's jetzt. Ja, komm, wir gehen los. Mutig, mutig. Kriegst du mal ein Schwert aus, du Jocke? Ja. Ja, 150 Meter. Da ist sie doch schon. Ja. Immer schön umgucken, ne? Ja, ja. Ja, 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 Mama. Komm, wir gehen gleich mal aufs Dach. Jo. Ja, super, das geht nicht. Nein! Oh, fuck. Oh, das hat weh. Hey, du Spacken, äh, wegen dir bin ich auch wieder gefallen. Oh, mein Gott. Oh mein Gott, ja. Was war das denn? Kein Böller, wir sind cool, wir haben Böller. Also, ich bin jetzt hier drinnen im Haus. Ja? Ja. Komm, hier ist du? Ich bin auch drinnen. Mit ner Schaufel. Woll, ich bin in einem Hörsaal, wo es nicht wieder rausgeht. Kann man nicht mit der Schaufel das Spinnenweben abbauen? Nee. Ja. Nee. Nee, äh. Doch. Nee, das war mit irgendwas anderem. Ich probier's mal aus. Bist du hier irgendwo? Ja, ich muss was trinken. Boah, ich dachte schon gerade. Da bin ich. In der Mitte ist ein Brunnen. Das dauert auf jeden Fall ziemlich lange. Deshalb glaub ich nicht, dass es funktioniert. Ja, lass es. Nee, funktioniert nicht. Okay, komm, hier hoch. Nee, ich brauch was zu... Ja, gut, du homo. Da ist nichts. Was? Ja, ja. Ich hab nur geguckt, ob da... Cobblestone oder Mossee Cobblestone ist. Tuch. Bei mir sind da voll die Ladefehler. Nee, da geht's nicht raus. Jawoll. Wo bist du? Truhe gefunden mit Weizen und Schuhen. Das waren nur Lederschuhe, aber immerhin. Oh, hier ist ja nichts, ne? Nee. Da ist ne Truhe, aber wie kommt man da hin? So. Sneaken. Wo? Sneaken? Ist da jemand? Da ist ein Zombie. Ja, das kannst du nicht sehen, weil du wahrscheinlich Wände geladen hast. Bei mir ist es... Drei Melonen waren da drinne. Brauchst du? Äh, nee, erstmal nicht, danke. Aber ich heil dich mal kurz, warte. Ja. Ähm, so. So. Oh, da ist er. Ja. Soll ich dich auch heilen? Ja. Oh fuck, 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 fuck. Ich hab kein Schwert mehr. Okay. Aber heil mich mal bitte erstmal. Ja. Ja. Zuerst Bandage. Danke. Du hast kein Schwert mehr, scheiße. Ja. Du hast ja wenigstens noch ein paar Pfeile, ne? Ja, fünf Stück. Und mit Bogen bin ich ein absoluter Noob. Okay, hier geht's hoch. Mhm, gehen wir mal hoch. Lol. So, so. Okay. Oh, die ganze Schrift, ne? Da kriegt man echt irgendwann Augenflimmern. Die ganze Schrift? Was für eine Schrift? Ja, bei mir. Die ganzen Wegpunkte. Ach so. Auf jeden Fall muss ich in die Mitte, um Wasser zu holen. Ja. Hier geht's runter. Aber da unten wartet gleich ein Zombie. Soll ich den abschießen? Äh, ja. Nee. Nee. Hallo, Zombie. Jetzt hab ich auch kein Schwert mehr, fuck. Hier gibt's kaum Ton, ne? Ja. Oh. Ich hab doch mal zwei Wasserflaschen. Wo ist die hin? Oh, warum lädt das denn auf einmal so langsam? Die ganze Karte wird so langsam geladen. Ja, bei mir nicht. Also wir haben Viertel nach acht, ne? So. Ja, und die Folge ist auch schon wieder vorbei. Gut, dann würde ich sagen... Was würdest du sagen? ...bringen wir noch diesen Zombie hier um. Ja. Ja. Wir müssen ihn noch umbringen. Ja, jetzt können wir uns ausloggen. Genau, da machen wir mal... Meinst du hier sicher? Egal. Ja, egal. Okay, das war's erstmal davon. Genau. Und dann bis zur nächsten Folge. Jo. Tschüss. Bis dann. Ciao.